Herzlich willkommen bei uns im SWR Fernsehen. Ich freue mich sehr auf meinen Gast heute. Es ist ein absoluter Wunschgast. Sie kommt sozusagen auf mein persönliches Drängen. Ich habe einfach nicht locker gelassen und sie kommt gerne. Und darüber freue ich nicht nur ich mich, sondern wir alle freuen uns sehr. Ich glaube, man darf das sagen, wenn man dazu nochmal betont, dass man es wirklich lieb meint. Sie ist eine lebende Fernsehlegende. Und weiter kann man sagen, my next guest needs no further introduction. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, please keep your hand. Klatschen Sie jetzt für Hela von Sinnen! Guten Abend! It is a pleasure! So schön, dass du da bist! Für mich ja auch. Ich war ja schon immer heimlich Fan von dir. Heimlich? Ja, na ja. Ich hatte mich bei Harald Schmidt kennengelernt. Und dann habe ich dich auch mal gegoogelt. Dann fand ich leider unglaublich gut und witzig und war dann wahnsinnig dankbar, dass man dich auch in die Sat.1-Sendungen dann einlod. Und du bist für mich immer ein Höhepunkt. Oh, vielen Dank. Das habe ich von der Frau schon lange nicht mehr gehört. Vielen Dank, das tut mir auch mal gut. Wir haben alles möglich gemacht. Du darfst dir alles machen und du darfst dir auch rauchen. Ich weiß nicht, Helmut Schmidt, Gott hab ihn selig, aber seit ihm gab es das nicht mehr. Ich durfte sogar rauchen, wenn ich wollte. Ja. Und hier? Könnte weinen. Jederzeit. Und ich gebe dir natürlich auch Feuer, ne? Du musst nicht, also wenn du dich danach... Ah, muss ich gar nicht. Ich habe extra Müll. Natürlich, it's a gentleman's club, you know. I'm always a... Willst du nicht lieber das nehmen? Das ist cooler, meinst du? Ja. Ist das so ein Scherzvorzeug, das gleiche meine Hand? Nein! Ich bin ja keine Freundin des doofen Scherzes. Das stimmt, das muss man wirklich sagen. Mhm. Du bist an sich eine sehr... Und ich meine das, das ist deins, aber ich lasse es mal hier, vielleicht ein bisschen noch einer rauchen. Ich meine das ja, du bist eine sehr tiefgründige, empathische, kluge Person, die manchmal die Fallhöhen schafft durch Albernheiten, aber immer wieder den Weg zurückfindet ins Hintersinnige. Das finde ich ganz bemerkenswert. Weinst du das bei der Arbeit oder privat, wenn wir uns danach sinnlos besaufen? Äh, beides. Denn der Betrunkene sagt die Wahrheit. Ist ja auch so, ne? Ja, das stimmt auch, ne? Ja, das ist so. Also ich behaupte ja oft, das liegt auch an meinen Sternzeichen. Ich bin ja Wassermann, Ascendent Skorpion. Also ich neige zum Denken und zum Fühlen. Das implizieren die Sternzeichen. Also Wassermann ist ja Luft und das Skorpion ist Wasser. Wir neigen zum Denken. Ich habe eine gute, respektvolle Erziehung genossen und und nehme alles eigentlich sehr ernst. Vielleicht nehme ich sogar manchmal zu ernst. Aber ist es nicht auch so, dass man immer sagt, der Clown, der weint oder so? Also ich glaube, wenn du eine oberflächliche Person bist oder die Dinge nicht ernst nimmst, kannst du eigentlich keine gute Komik machen, meines Erachtens. Und ich habe das bei dir auch feststellen dürfen. It's a business you have to take serious, sonst funktioniert das nicht. Das stimmt. Ja. Und das Leben nehme ich auch ernst. Nicht immer zu ernst, aber ich habe schon Respekt vorm Leben und ich habe großen Respekt vor Menschen. Und tatsächlich, Empathie ist einer meiner Kernkompetenzen. Absolut. Absolut richtig. Und wie sehr hast du es, weil es wird in deinem Zusammenhang, wenn man Zeitungen liest, so oft der Terminus ... Du kriegst es auch nicht über die Lippen, dafür liebe ich dich. Ulknudel genannt. Ich wurde auch schon Ulknudel genannt, die Ulknudel vom SWR. Auch schon? Ja, auch schon. Ja, und das ist nämlich eigentlich das, was mich eigentlich hätte trösten müssen, dass Männer auch so tituliert wurden. Nitte Hallervorn, Dirk Bach, Happe Kerkeling. Aber als ich das zum ersten Mal über mich hörte und ich dachte, in dem ersten Artikel über mich ständ vielleicht die Schauspielerin oder Komikerin oder was auch immer oder Studentin der Theaterfilme, da steht da Ulknudel. Ich dachte, kann mal bitte jemand kommen? Also ich habe in meiner ersten Autobiografie geschrieben, das Wort ulkig finde ich unglaublich fad. Ja. Also etwas, wenn etwas ulkig ist, interessiert es mich nicht so. Es muss schreikomisch sein oder am besten oder kluger Humor sein. Und Nudel ist was zum Essen. Also was soll dieses Wort? Was soll dieses Wort für ernsthafte Humorarbeiter? Fühlst du dich missverstanden manchmal? Nicht mehr so. Ich werde ja jetzt im Februar 60 und ich glaube, ich habe so viele unterschiedliche Dinge inzwischen auch tun dürfen, dass man mich ein bisschen ernster nimmt. Das glaube ich schon. Also das war ja tatsächlich so, als wir im April 88 mit Allesnichtsoder anfingen, da war ich einfach nur dick. Am Anfang war ich ja noch gar nicht mal lesbisch. Ich war glaube ich erst ab 1990 dann offiziell lesbisch. Also ich war lesbisch, aber die Bunte rief mich irgendwann an. Die Bunte, die hatten so schöne Kolumnen. Leute von gestern, vorgestern und übermorgen, wie auch immer. Und für diese Kolumne rief man mich an und ich wohnte schon mit Dirk Bach zusammen. Und Dirk Bach hatte immer zu seinem Schwulsein gestanden und das wusste die Bunte aber auch nicht. Die fragte, wann ich denn Dirk Bach heiraten würde. Und daraufhin sagte ich, Freunde, das wird jetzt eher nicht so passieren, weil der Dicki ist schwul und ich bin lesbisch. Oder ich sagte sogar tatsächlich, ich bin eine Urlesbe. So mit ganz dicken Eiern. Hallo, ich habe es erfunden. Und und dann schrieb diese Reporterin sehr sehr aufgeregt, weil man hat es damals wirklich noch nicht gehabt, dass eine deutsche Unterhaltungskünstlerin gesagt hat, übrigens ich bin lesbisch. Also man man wusste von Männern, dass sie schwul sind. Dann stand dann immer da der Junggeselle. Ja, schön. Ja, ja. Und sozusagen ein Tarnwort für schwul. Und auf der Welt gab es nur Martina Navatila, war die da zustand. Das war so. Also als ich 17, 18, 19. Hast du eine Tür geöffnet dafür? Kann man da auch sagen, da hast du sozusagen... Also ich sage es ganz ehrlich und auch oft und gerne, das war nicht nur ich, weil bei mir war es irgendwie, ja gut, wurscht, die ist eh übergewichtig laut, die säuft gerne, die macht da beim RTL einen Quatsch. Cornelia Scheel hat diese Tür mit geöffnet, das muss man einfach so sagen. Denn ihre Mutter ist ja die Gründerin der Deutschen Krebshilfe und war First Lady, ihr Vater Bundespräsident, vorher Außenminister. Und dann veränderte sich etwas. Natürlich stand dann überall die Schöne und das Biest. Ja. Die Schüchterne und die Laute und so. Diese Klischees, die wurden uns um die Ohren gebappert. Aber da kam dann wirklich, also wir haben danach tatsächlich Post bekommen von jungen Menschen, die sich bedankt haben. Die haben dann aber nicht gesagt, Papa, Mama, ich bin so wie die Hella von Sinnen, weißt du, von RDL mit den Torten. Die haben gesagt, ich fühle genauso wie die Tochter eines ehemaligen deutschen Bundespräsidenten. Und dann hatte das ein anderes Geschmäckle, sagt man hier? Ja, Geschmäckle sagt man überall. Aber Geschmäckle ist, glaube ich, negativ, ne? Geschmäckle ist negativ, wenn es, ja, ja, das stimmt eigentlich. Aber in diesem Fall... Ich hatte das eine andere, also das war dann nicht mehr so schmuddelig, so pervers, so völlig grotesk. Also deswegen sage ich oft auch und gerne, dass das Conny mehr eigentlich getan hat als ich. Natürlich war ich lauter tatsächlich, aber bei mir hat es, glaube ich, keinen interessiert. Dass Conny dazu gestanden hat, war ein toller Schritt. Und dafür nochmal heute danke, Conny Leascheel. Mein Kostümbittner hat mir neue Jacken gemacht. Ich habe vier Jacken. Du hast eh jetzt ein bisschen geändert. Bei Genial Daneben hast du Weste und bist fast schon seriös, aber der Overall-Style ist original, ne? Ungern korrigiere ich dich, bei Genial Daneben das Quiz. Das Quiz, Entschuldigung, richtig, ja. Denn der Produzent rief mich an und fragte mich, ich möchte so sehr viel Geld verdienen. Ich sagte, oh Gott, mit 60, warum nicht für die Rente? Und dann sagte er aber, ja, sie hätten aber eine Marktforschung gemacht. Und im Vorabendprogramm wollte man das Gelärme nicht so. Ist nicht wahr. Ist meine Ahnung. Und dann sagte ich, ja, lieber Otto, sorry, aber wenn ich nicht lärmen darf, kann ich auch nicht in Oberhalster sitzen. Dann muss ich mich verkleiden, weil ich bin ja auch heimlich Schauspielerin. Und jetzt habe ich ein Jäckchen und ein Westchen und eine enge Hose an und Schuhwerk und Versuche. Die gelingt mir nicht oft, aber Marianne Koch raus. Die ja vielleicht im Vorabendprogrammiert. Aber das ist doch wieder so ein wahnsinniger Irrsinn der Marktforschung. Es ist ja viel schlimmer, daran zu glauben, als die zu erheben. Das sind ja Jobs, die Leute, die wollen ja Arbeit haben, die wollen wir ihnen ja auch gönnen. Aber zu sagen, Hella von Sinnen, die wir lieben, weil sie so ist, wie sie ist, die kann man doch nicht jetzt leiser machen unten in ein Jackett. Es sieht gut an dir aus, aber man will ja diese Hella im Fernsehen erleben. Die bist du natürlich auch. Ja, ich wollte gerade sagen, aber manchmal muss ich dir ganz ehrlich sagen, also es sind ja so, wir haben 105 Dinger jetzt produziert und ich nehme die alle auf. Ernsthaft? Ja. Du guckst die auch immer an? Naja, ich komme natürlich nicht dazu, wann soll ich denn die Sendung alle sehen. Aber ich gucke die mir zwischendrin an. Das habe ich immer schon gemacht. Ich habe mir alles, was nicht bei drei auf dem Baum war, damals hatte man noch VHS-Rekorde angeguckt, um mich zu beobachten und mich auch zu korrigieren. Und manchmal muss ich dir ganz ehrlich sagen, gehe ich mir selber auf die Nerven, weil ich mich zu laut finde, weil ich das Gefühl habe, ich lasse die Kollegen nicht ausreden. Und immer, wenn ich dann zwischendrin was gesehen habe, habe ich mich bemüht, ein paar Sendungen dann danach im Studio mich etwas zurückzunehmen. Ach toll, dann bist du ja tatsächlich sehr, sehr reflektiv, weil viele sagen ja auch gar nicht, ich mache das nicht mehr, ich gucke das nicht mehr an, ich gucke wenig an auch zum Beispiel von mir. Ich kenne kaum jemanden, ich glaube, Bastian Pastewka guckt sich auch noch an. Aber Bastian Pastewka guckt ja alles an, der guckt ja auch wirklich unsere Sendung an. Der nimmt die ja mit seinem, weil natürlich niemand guckt diese Sendung zur Original-Sendezeit, aber er guckt, er nimmt die auf, er schreibt mir ab und zu, größere Ehre gibt es gar nicht. Geht mir ähnlich, wenn er was sieht von mir und mir einen Lob macht, der Bastian ist Gold, ja. Absolut richtig. Du bist auch Gold übrigens. Auch du bist ein Schatz. Und ich möchte, es wurde noch nicht so oft gezeigt, aber ich möchte es unserem Publikum noch mal zeigen, wir haben deinen ersten Fernsehauftritt da. Den hast du natürlich auch schon gesehen, das muss man ein bisschen erklären, das war 1980, du warst Praktikantin in der Sendung, ich stelle mich bei Klaus Hinrichs Kastor. Moment, ich war als Studentin, du hattest die Wahl Kabelträgerin zu sein oder Fotokopien zu machen. Ich machte Fotokopien in dem Pool der Studenten, die für die Redaktion Monitor die Fotokopien machte. So, Klaus Hinrichs Kastorff moderierte, Monitor und hatte dann so eine Sendung, ich stelle mich, wo Prominente kamen und wurden mit lustigen oder auch grotesken oder auch harten Schreibgesprächen konfrontiert. Und Max Merkel, der österreichische Fußballtrainer, Gott hab ihn selig, war zu Gast. War auch mal Trainer des KSC. Pardon? War auch mal Trainer des KSC, Max Merkel, ja weiß ich, Fußball ist mein Thema. Gegoogelt. Wieder ein Beweis dafür, dass du nicht homosexuell sein kannst, ich freu mich sehr. Ja, und dann, so, und der Kastorff hatte eine, seine, seine Leib- und Chefsekretärin, Benedikta von Turbin und ich damals schon mit ganz großer Klappe überall erzählt, also ich werde Schauspielerin, ich will zum Fernsehen, blubben, blip. Und hatte eine große Klappe, ich hatte diese Klappe so groß, dass ich Karin Lacosemann am Telefon vertreten konnte mittags, durfte, wenn die zu Tisch waren oder sich so ein altes Brötchen nebenan beim Metzger geholt haben. Und das war so lustig, weil mein Englisch war auch noch so ganz schlecht und dann sprach ich auch mit London und New York und, naja, ich weiß nicht, was da alles in die Hose gegangen ist, Tatsache ist, die suchten jetzt eine Sparringspartnerin für Max Merkel, eine freche Frau. Und dann sagt die Benedikta von Turbin zum Kastorff, hier dieses Fräulein Kemper, die hat doch so eine große Fresse und die will doch Schauspielerin werden, lass uns doch die nehmen. Und dann habe ich mich von Oswein Schilmann schminken lassen, habe mir von Beate Rademacher ein Kostümchen geliehen und ich führe dir die Aufnahmeleiterin, die mich so kannte, hat mich nicht erkannt, als ich dann für die Aufzeichnung hinter der Brille stand. Gut, dass du das sagst, weil das ist nicht die Heller, die so rumlief, du bist verkleidet da, kann man sagen. Also ich trug zwar gerne auch High Heels und auch Lippenstift, aber never ever Kostüm, never. Aber es steht dir sehr gut. Ja, ich habe tolle Beine, deswegen hat Walter Bockmeier mich für Kiez inszeniert, er hat gesagt, Nutten können dick sein, müssen aber gute Beine haben. Wir schauen uns jetzt mal die Beine von Heller von Sinn an. Es ist nur ein ganz kurzer Ausdruck, damit Sie einen Eindruck bekommen, wir können nicht das ganze Gespräch zeigen, damals waren die Sendungen ein bisschen, wie soll ich sagen, die haben sich mehr Zeit gelassen. Wir raffen das einfach nur, um einen Eindruck zu haben. Hier ist Heller von Sinn, 1980 in der Sendung, ich stelle mich mit Max Merkel. Ich komme aus Köln, ich bin den ersten Abend hier in Wien. Und haben Sie Bekannte hier? Noch nicht. Noch nicht, oh schön. Sie waren überhaupt noch nie in Wien? Nein. Was haben Sie von Wien gehört bis jetzt, außer Schlechtes? Die Männer sollen nicht unscharmant sein. Ich würde Ihnen doch raten, noch mal so einen schönen heurigen Besuch zu machen. Mit der... Sie wissen nicht, wo... Haben Sie schon was gehört von Grinzig? Nicht Sie sollen zu ihr gehen, sondern Sie zu Ihnen. Ach, mischen Sie sich doch bitte nicht da ein. Haben Sie schon was gehört von Grinzig? Schön gleich mal dem Chef Konter gegeben. Von mir der Abschluss, ich durfte rauchen. Ich durfte rauchen. Aber toll. Und ich sehe das und denke, das ist ein Ausschnitt nicht von 1980, sondern von vorgestern. Jetzt lügt es, dabei mag ich dich doch so. Okay. Alles nichts oder, liebe Heller. Ist eine Sendung, die mich als Fernsehen-Nerd geprägt hat. Ich möchte dir nur eins an dieser Stelle sagen. Ich habe mit deinem Redakteur oder einem deiner Redakteure, ich weiß nicht, ich nenne ihn Herrn Oswald, er heißt aber ganz anders, telefoniert. Und habe diesem Redakteur gesagt, ich habe Pierre M. Krause getroffen und Pierre M. Krause hat behauptet, er hätte als Junge seinen Geburtstag gefeiert, hätte sich mit einer Fuchssäge Löcher in seiner Tischtennisplatte geschnitten und hätte seine Eltern gezwungen, mit ihm alles nichts oder zu spielen. Und Oswald sagte, das war eine Lüge. Nein, das war keine Lüge, das ist wirklich wahr. Ich habe ein Nerdleben schon immer gehabt. Das Interesse für mich weit entfernter Mädchen hat mich dazu geführt, meine Freizeit mit solchen Dingen zu verbringen. Und ich habe meinen Geburtstag, die drei Freunde, die ich hatte, eingeladen und habe alles nichts oder nachgespielt. Wir haben die Spiele aus der Show nachgespielt und am Ende durften alle, das war das Highlight, tatsächlich Tischtennisplatte, mir Torten ins Gesicht werfen. Und waren das aber echte Torten vom Bäcker? Nein, das waren selber gemachte mit Schlagsahne und so Tortenuntersetzern. Ja, eben, weil das ist ganz wichtig. Bei der Probe zu alles nichts oder, das ging im April los, wir haben im März eine Probe gemacht. Da haben die wirklich echte Schwarzwälder Kirschtorten genommen, um den Effekt mal zu sehen und wie die Flugbahn der Tochte ist. Und ich hatte danach schwere Prellungen im Gesicht von den Kirschen dieser Tochte. Und dann kam man dann lieberweise auf die Idee, mit Special-Effekt-Leuten diese Dinger dann herzustellen. Leute, könnte man das nicht mehr machen, du hättest sofort Ärger am Hals, weil es Lebensmittel verschwindet. Das war damals noch fast viel schlimmer. Damals war ja noch fast ja noch bewusster, die Kinder in Biafra oder wo auch immer hungern. Und dann musste ich ganz viele Briefe beantworten, dass es Rasierschaum ist und die Leute sollen sich gefälligst gepäcklich halten. Aber vielleicht hätten die sich auch gerne rasiert dort. Das ist dann auch Verschwendung. Das kann natürlich sein, weil der Sozialneid geht ja unergründliche Wege. Habt ihr damals das Fernsehen revolutioniert oder ist das nur so eine Mehr, so eine Glorifizierung, die man sich heute so erzählt? Es ist ja schwierig, über den eigenen Job zu sprechen. Ich sage ja. Da ich aber schon seit meinem sechsten Lebensjahr wirklich vorm Fernseher lag und einen Riesenfan von Kuhlenkamp, Fuchsberger, Karell und Frankenfeld und müssen wir nicht alle auch hier, Hans Rosenthal. So und Frauen. Es gab Gisela Schlüter und ansonsten gab es Max Schautzer und Dagmar Berghoff. Dagmar Berghoff. Es gab aber jetzt außer Gisela Schlüter keine Frau, die frech war oder eine eigene Show sogar hatte. Zwischenmahlzeit hieß ihre Sendung. Ich glaube, was wir revolutioniert haben und auch da werde ich nicht müde, das zu sagen, das ist Hugos Verdienst. Dass er hat eine Frau neben sich überhaupt die Karriere machen lassen. Dass er zum damaligen Zeitpunkt nicht ein anderer Kollege mich so laut, frech, dominant an seiner Seite werden lassen. Und der Balder hatte die nötige Gelassenheit. Der wurde teilweise von seinen Leuten angepampselt. Was lässt du dir denn da von der Dicken da irgendwie so die Butter vom Brot nehmen? Und er sagte, Kinder, was wollt ihr eigentlich? Hauptsache es ist komisch. Also der Herr Balder kann sich unglaublich zurücknehmen, um Pornten zu provozieren. Und er kann sich auf mich verlassen. Das stimmt. Deswegen provoziert er mich auch so oft bei Genial daneben, dass ich anfange zu schreien. Weil er weiß, irgendwie kommt was dabei raus, was das Publikum dann auch liebt. Ihr kennt euch ja auch schon ewig. 30 Jahre im April. Genau, genau. Und auch die Sendung Alles nichts. Oder feiert ihr 30-jähriges Jubiläum in diesem Jahr. Das ist natürlich für uns ein Anlass, wenn du heute hier bist, zu sagen, wollen wir nicht einfach ein bisschen albern sein? Das ist in dieser Sendung ungewöhnlich. Wir sind selten albern in dieser Sendung. Wir sind selten albern in dieser Sendung.